Was? Auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind wir uns also durch den Shock Space gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber die anderen können gehen. Sie fehlgeleitete Wasser! Hey! Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war und pervertierten es. Himmel, ersparen Sie uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte EarthGarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 Sie versprachen mir einen Schimpfdänig. Wir hatten ein Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von Ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Er hat ja keinen Anzug, den will ich kaum. Er hat sich das hergebracht. Hier. Das sind drei von denen, hinter dem Felsen. Oh. 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 Na toll Ich denke, der Ding ist tot Au Ich muss doch solche gehalten Stacheln schießen Ich muss doch auf den Maul schießen Wenn er dich ansaugt. Alter! Uff! Du musst doch mal ausweichen. Kann man den nicht sterilisieren? Oh! Boah, ist klar. Du musst doch mal ausweichen. Ja, wo ich hinrenne, das Vieh, erwischt mich immer. 分享 von dem Ruhm! kellet diese Kurze zum Schrauben! Was ist das? Was ist der Schrauben? Was ist der Schrauben? Du Scheiße, nie, oder? Komm hier auf! Das muss noch mehr sein. Ja? Ja. Uff, jetzt geht's raus. Hoffe ich doch. Ich hab's okay, du Dicke. Alter. Ja, Alter. Jetzt ist er ja noch saurer. Danke, Onkel. Das steht bestimmt sauer auf. Schutt drin. Ja, damit das nicht zu spaßen war. Ihretwegen sind wir hier. Sie haben sie ermutigt. Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Danik, der uns abknallen will, und was immer das sein macht. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lang. Den Kopf weg. Das ist alles deine Schuld. Sie liebt mich nicht. Genau, richtig. Der Arsch. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Kommen Sie. Er wird nicht lange tot bleiben. Nicht hier. Soll ich das Alli erklären? Hey. Sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Hast du jetzt noch geschossen, Onkel? Oder war das alles Video? Nix. Musste ich bloß drücken. Der hat dann selber geschossen. Kapitel 13 sind wir jetzt. Geradeaus. Hier sollen wir rinnen, oder was? Ne, wir sollen da raus. Also lege ich erstmal hier rinnen. Okay. Boah. Zu wünschen. Muss mal mein Inventar leer machen hier. Ich hab so viel Zeug drin. Da war ich zwei Mal. Wolfram hat es natürlich nicht gebraut. Wenn du nicht mehr genug Medi-Packs hast, Onkel, stellt ihr dir ein paar Medi-Packs her. Habt noch ein, zwei, drei, vier, fünf Medi-Packs. Na gut. Los geht's. Also. Warte. Bei der Bank. Wieso? Bei der Bank? Wieso? Wieso steht bei mir? Geh bitte zur Bank. Ach so, der Vier ist da oben. Oh. 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 Ich hab ihn erschossen. Ich hab ihn erschossen. Was? Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Er hat ein gelbe und ein blaues Auge. Er hat uns verraten. Er hat mir jetzt erst drauf. Wir müssen uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ich. Ach kommen sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Ich kann das weg. Alle rum. Aber still. Wenn sie sich nicht zusammenreißen, sind sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Das ist ja wieder klar. Onkel ist der Held und ich krieg die Arschlochrolle. Warte auf. Ach ja. Ich muss erstmal rumrennen. Ich war ja noch am Automaten. Und? Da war nichts mehr hier. Komm zurück. Da war nichts mehr. Ach so. Ich bin in die falsche Richtung. Ich war jetzt schon. Ach so. Ich dachte ich komme jetzt gerade da raus, wo ich war eben. Oh hier ist was. Alles klar. Wir lösen eine Lawine aus, wenn wir alle versuchen hoch zu klettern. Das machen wir jetzt. Ich klettere zuerst hoch und sehe mich um. Vielleicht gibt es einen sichereren Weg. Ich bin da. 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 Ach nochmal. Klasse. Warte auf. Partner. Ich bin da. Ich bin da. Was ist das Onkelchen? Hat der sich jetzt doch schon umgegangen? Ich dachte ich sehe den noch hochkommen. Oh Alter Wollen wir lang? Da lang wir lang Geh erstmal hier lang. Hier ist nichts. Okay, geh doch da lang An diese Mission oder an uns Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft Und jetzt ist derjenige tot Du hast ihn sabotiert, genau wie alles andere auch Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja, sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht Ansonsten wärst du nicht hier Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat Na ja, Norton ist tot, weil jemand ist bei ihm genauso geordnet